Dankbare Aufgabe, gerade ging es um Musik. Jeder hört es, jeder macht es. Fachkräfte ist jetzt nicht das Hype-Thema, sicherlich nicht so attraktiv in Musik. Dennoch hoffe ich, dass ich da einen interessanten Vortrag oder ein interessantes Formen der IKN 2020 vorstellen kann. Zu meiner Person ganz kurz. Ich leite die IKN 2020 Geschäftsstelle in Osnabrück, bin Mitarbeiter bei der Science to Business GmbH, der Hochschule Osnabrück. Also da das hier auch Hochschule Osnabrück ist, Campus Lingern, Entschuldigung, direkt fühlt man sich vielleicht ein bisschen heimisch, vielleicht IKN 2020. Michael Schneider leitet das Regionalzentrum Osnabrück neben seinen verschiedenen Tätigkeiten. Ich sage gleich noch ein bisschen mehr zu IKN 2020. Das muss man da ein bisschen vorweg holen. Um das Produkt oder Projekt, worum es heute geht, das ist der Talentkreisel. Hat auch eine Lingener Vergangenheit, wenn man es genau nimmt vom Namen her. Ist auch noch ganz frisch, man sieht es. Freigeschaltet erst am 6. März 2013 um Punkt 14 Uhr durch Wirtschaftsminister Lies auf der CeBIT. Da, um gleich eins vorwegzunehmen, es geht nicht darum, die Fachkräfte zu teilen. Also nicht untereinander nach dem Motto tauschen. Hast du eine, kriege ich die mal. So mancher Freelancer wird sich sicherlich heimisch dann fühlen. Nein, es geht darum, die Information zu teilen. Welche Fachkräfte suchen oder sind aktuell hier auf dem Arbeitsmarkt vorhanden in einer Region oder wollen in eine Region kommen. Bevor ich aber dahin komme, möchte ich noch ein, zwei Sätze zu IKN 2020 sagen. 2009 initiiert worden. Nicht irgendwo durch irgendeinen Politiker, der gesagt hat, wir müssen was für die IKT-Branche in Niedersachsen tun. Der Schritt war andersrum. Acht IOK-Regionen haben sich zusammengeschlossen, haben gesagt, wir müssen eine starke IKT-Branche in Niedersachsen haben. Wir müssen was gemeinsam tun, gemeinsam erreichen. Haben gemeinsam die IKN 2020 gegründet, ins Leben gerufen und arbeiten jetzt vernetzt, um Aktionen abzustimmen, um Projekte gemeinsam zu initiieren. Das sind die Themenvernetzung von Akteuren der IKT-Branche in Niedersachsen, was unglaublich wichtig ist. Aber auch die Anwender und die IKT-Branche miteinander zu vernetzen. Also ich weiß nicht, ich denke mal, es ist auch jedem klar, dass wenn man im Unternehmen ist, im Prinzip kein Geschäftsprozess mehr ohne Kommunikationstechnologien oder Informationstechnologien in irgendeiner Weise läuft. Das heißt, eine starke IKT-Branche bedeutet auch eine Stärkung des Standorts an sich. Wir besetzen verschiedene Themen in den verschiedenen Förderperioden und wir kümmern uns halt intensiv auch um das Thema Fachkräftesicherung. Das ist dann auch der Hintergrund des Talentkreises, der steht unter dieser Überschrift. Jetzt wechsle ich mal auch gleich auf die Homepage, was bei Herrn Lies mit einem Buttondruck geschehen ist und einem abdimmenden Bildschirm und einer aufkommenden Homepage. Das geht hier ganz unspektakulär, nämlich so. Ein Klick. Das ist der Talentkreisel. Der Name sagt schon so ein bisschen, worum es geht. Da ist so ein bisschen mehr Bewegung drin. Die Informationen kreiseln. Den Begriff hat vor allem die Mitarbeiterin von dem Michael Schneider geprägt, die Alessa Klaassen. Es geht um Talente, um Fachkräfte. Ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen vorgestellt, um auch ein bisschen jetzt die Richtung des Vortrages noch abzustimmen. Ganz spontan würde ich mal ganz gerne jetzt euch kennenlernen. Und zwar seht ihr, dass es drei Zielgruppen gibt in dem ganzen Bereich. Ich nehme mal hier den Beamer. Den muss ich erst anmachen, war das? Welcher Knopf macht den nicht aus, sondern den roten Punkt? Okay. Der hier? Sieht man das? So. Wer ist denn hier ein Unternehmen? Eins, zwei, drei, vier. Vier Unternehmen, fünf sogar. Also doch einige da. Wer ist dann ein Mentor? Also wer ist Dozent an einer Hochschule oder Lehrer an einer Berufsschule? Eins, zwei. Das sind auch die gleichen Unternehmen. Typische Hochschulkonstellation, sage ich mal. Wer ist denn IT-Fachkraft? Zwei. Wer ist denn, um das auch nochmal, es sind ja immer Schnittmengen, das merkt man schon. Wer ist denn IT-Fachkraft mit Personalverantwortung? Also hat schon mal einem Personalgespräch eins beigewohnt und drei, vier, also und kennt, war schon mal eine Stelle zu besetzen gehabt. Jetzt mal kurze Frage. Wie ist eure Erfahrung, momentan Stellenausschreibung schalten, wie viele Bewerbungen kommen ein? Ich nehme mal jetzt mal einfach das Beispiel, einen App-Programmierer. Wie viele Bewerbungen fliegen dann rein, wenn man so eine Stelle ausschreibt? Okay, du schreibst sie gar nicht aus? Okay. Spam, also. Wer schreibt von euch noch Stellen aus? Also überhaupt? Okay. Ich hatte ja gerade gesagt, es geht darum, die Informationen zu teilen, welche da sind. Also das ist ein ganz klassisches Phänomen in der IKT-Branche. Der Bedarf ist da, aber man schreibt einfach nicht mehr aus. Es lohnt sich nicht. Die Erfolgschance ist so gering. Ich habe letztens mit einem Unternehmen gesprochen. 20.000 Euro im Vierteljahr für Stellenanzeigen ausgegeben. Eine Bewerbung, die war Müll, wie gerade schon gesagt. Der Markt ist leergefegt, deswegen muss man die Information effizient nutzen. Jetzt mal eine andere Frage, Jörg, vielleicht direkt an dich. Oder eine Anekdote, muss ich fast sagen. Ich saß letztens, also Jörg Renzmann programmiert unter anderem Apps. Ich saß letztens mit einer Gruppe zusammen an iOS-Programmierern, vor allem Studenten. Die waren ganz enttäuscht. Die müssen nach dem Studium, haben die gesagt, müssen Osnabrück verlassen. Hier gibt es ja keinen Arbeitsmarkt. Also man merkt, da ist ein Mismatch. Also die Studenten wollen zum Beispiel auch in der Region bleiben. Freunde, Familie etc. pp. Oder beides gleichzeitig oder so. Auf der anderen Seite gibt es die Unternehmen, die aber, ich weiß nicht, wie das hier im Emsland sind, in Osnabrück haben wir nicht die SAPs. Wir haben nicht die großen Agenturen, die die Leute anziehen. Hm? Was? Ja, euch gibt es ja. Kennt euch jemand in Fachkraft in München? Aber man sieht ja, es gibt euch. Das ist ja genau das Wichtige. Darauf will ich hinaus. Ja, genau. Die lege ich aus. Ja, ne, du bist ja schon dabei. Ich habe es ja ganz vergessen. Also man merkt, es muss etwas getan werden, um die Information zusammenzubringen. Und eine ganz entscheidende Stellschraube dabei sind auch die Mentoren. Die Mentoren kennen meistens die Unternehmen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also die Berufsschullehrer, die Professoren, aber die wissen gar nicht manchmal genau, was die Studenten überhaupt wollen, was die Absolventen wollen. Das heißt, die müssen auch irgendwie die Information plastisch machen und in die Breite tragen. Das geht häufig über Face-to-Face-Kontakte. Man hat gemeinsam studiert, man hat mal eine gemeinsame Forschungsarbeit gehabt oder ein Förderprojekt oder ähnliches. Darüber laufen dann die Kontakte. Aber ein Professor kennt auch nicht jedes Unternehmen in der Region, kann auch nicht jeder Fachkraft sagen, hier, geh doch mal dahin, geh doch mal dahin. Manche Unternehmen haben auch gar nicht die Chance, obwohl sie interessante Projekte haben, permanent mit einem Dozenten oder mit einem Professor zusammenzuwarten, einem Berufsschullehrer, weil einfach die Zeit fehlt. Also die Auftragslage ist ja nicht das Problem bei den Unternehmen. Ich möchte mal kurz das soweit im Prinzip stehen lassen und mal einfach jetzt zeigen, was die einzelnen Reiter dort darstellen. Jetzt kann ich das, wo war die Maus? Wo ist das? Oben oder unten? Da? Ah ja. Also wir haben hier, das ist jetzt erstmal nur die Registrierungsplattform. Also kurz zur Info, Unternehmen und Mentoren können sich registrieren, IT-Fachkräfte noch nicht, da komme ich aber nachher noch zu. Also wir haben hier die Unternehmensleiste, wo die Unternehmen visualisiert sind, die dort angemeldet sind. Jetzt habe ich natürlich ein erhebliches Glück, weil hier zum Beispiel InfoMantis, die Firma von Jörg Renzmann, auch angemeldet ist. Die sehe ich dann dort auf der Karte und ich kann auch anklicken und mir das Kurzprofil von InfoMantis anschauen. Ich kann aber auch das Kurzprofil mir von Connective anschauen, ist ja auch nicht gerade unbekannt hier in der Region. Ich kenne aber auch von Gikos oder von Msoft oder sonst was. Also ich habe erstmal eine Visualisierung der Unternehmen, die hier in der Region aktiv sind oder die hier tätig sind und Fachkräfte eventuell suchen. Weil wer hier drin ist, der sucht, der schaltet aber nicht automatisch eine Anzeige. Wenn ich dann aufs Kurzprofil klicke, kann ich dann auch auf die Homepage gehen und dort auf der Homepage steht vielleicht, wir suchen immer, wir suchen dieses oder jenes. Das als erste Möglichkeit, sich zu informieren. Dann haben wir die Mentoren, da sind ein bisschen wenig noch, das ist auch gerade nicht groß in die Breite gegangen. Also im Prinzip ist es heute die erste Veranstaltung, wo es öffentlich präsentiert wird. Wir haben hier die Universitäten, also Göttingen, Lüneburg, Uni Osnabrück irgendwie und die Science to Business GmbH, das bin zufällig ich. Und wir haben hier dann noch eine Anzeige oder einen Reiter Stellenmarkt. Den müssen wir nicht befüttern, das ist im Prinzip der gleiche Stellenmarkt, der in der Computerwoche, meine ich, Computerwoche ist es, angezeigt wird. Das sind halt alle IT-Stellen, die dort angezeigt werden. In Niedersachsen kann man sich dort anschauen. Also man hat schon mal eine Informationsplattform, wo man sich informieren kann und man kann auch da zu den FAQs kommen und sich die wichtigsten Fragen beantworten. Ja, also du kannst auch nur bei uns die schalten. Das kostet dann Geld, aber das Geld kommt nicht zu uns, sondern zu Jobware, heißt der Anbieter. Ich bin jetzt mal ganz offen, wir haben da nicht irgendwelche Klickzahlen von zigtausend oder sonst was, also damit möchte ich mich messen, deswegen gehen wir da auch noch nicht in den Vertrieb. Aber es ist tatsächlich die Möglichkeit da. Diese ganzen Informationssachen wie nach Unternehmen suchen, nach Mentoren suchen oder den Stellenmarkt anschauen, ist aber gar nicht der Kern dieses Fachkräfteportals. Der Kern ist ein Talentpool und ich möchte mal jetzt einfach bitten, ein bisschen aus der IKT-Branche sich wegzudenken, also gar nicht so an die Branche speziell zu denken, sondern sich einfach mal in irgendeine Branche, in irgendeine Region reinzudenken, wo Fachkräfte gesucht werden. Also jetzt sind wir trotzdem, weil wir hier sind, mal Lingen als Beispiel oder das Emsland. So eine Firma schreibt eine Stelle aus. Da kommen dann 20 Bewerbungen rein und ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Bewerbungsprozess war. Dann kriegt man meistens direkt eine Rückmeldung, ja, sind nicht geeignet, kriegen das zurück oder wir suchen mal jemanden mit Berufserfahrung. Jetzt sind sie aber in dem, nein, seid ihr, sind ja im Barcamp. Jetzt seid ihr ja, seid ihr unter die Top 5 gekommen und seid im persönlichen Vorstellungsgespräch. Der Personaler sagt, boah, Bombenmann, Bombenfrau, der sagen alle, klasse Sache, wir haben fünf gleichwertige Kandidaten, ist aber nur eine Stelle zu besetzen. Jetzt ist das Problem, jetzt sage ich einem zu, wonach nach Bauchgefühl, was bleibt anderes übrig. Das heißt, ich habe vier Leute, denen ich absage, die diese Stelle nicht bekommen. So, die dann, was passiert, die kriegen eine Absage, wir haben uns für einen Anlass entschieden oder kriegen einen Anruf, ja, konnten sie nicht nehmen. Das heißt, es ist eine blöde Absage, was passiert mit der Person, meinetwegen kommt sie aus Münster ursprünglich. Sie bleibt in Münster, geht in eine andere Region. Vier andere Unternehmen in der Region hätten sich vielleicht über diese Fachkraft gefreut, also sie ist weg. Jetzt habe ich über diesen Talentpool, ich nehme mal dieses böse Wort in den Mund, wir haben es ja anders genannt, ganz bewusst, ja, zu Recht. Jetzt habe ich in diesem Talentpool, und das ist nämlich genau dieses hier, Unternehmen, die dort Mitglied sind. Jetzt schreibe ich diesem ein, dem ich absagen wollte, nicht, ich sage dir ab, nein, pass auf, ich empfehle dich in den Talentpool hinein. So, deine Bewerbung wird dadurch sichtbar für weitere Unternehmen, die auch in diesem Talentpool drin sind. Jetzt mal weitergedacht, jetzt ist da zum Beispiel, nehmen wir mal Osnabrück, weil es jetzt gerade hier die größte Masse an, eigentlich, bleib mal hier, so, welches Unternehmen ist das? Das ist Connective, so, Connective hat ausgeschrieben, ich nehme mal als plakatives Beispiel Sekretärinstelle, so, vier gute Sekretärin, hat nur eine eingestellt, die anderen bleiben über. So, jetzt kriegt diese Person die Information, die soll sich da empfehlen, fragt sie erstmal, was soll das denn, was soll ich da irgendwie anmelden? Dann, denken sie erstmal, was ist das denn? Guckt hier und sieht schon, ah, MVB-Consulting gibt es auch, die kenne ich gar nicht, vielleicht suchen die auch. Geht auf die Homepage, sieht es da. Gleichzeitig bekommt diese Person nicht eine Absage, sondern diese Empfehlung, sich dort einzutragen. Ich weiß nicht, ob der Rechtsanwalt noch da ist, wir hatten, glaube ich, einen hier. Nicht mehr, Lall. Ist ein neuer da, super. Was wird nämlich passieren, wenn ich als Unternehmen sage, ich empfehle denen mal meine Mitgliedsunternehmen in dem Talentpool. Genau, richtig. Ja, kann ich gleich meine Stelle einsparen und an Anwaltskosten ausgeben. Genau. Deswegen ist der Step so, dass nicht das Unternehmen die Bewerbungsunterlagen hochlädt, sondern der Bewerber kriegt die Empfehlung und kann dann selber entscheiden, ob er sich in diesem Talentpool anmeldet. Damit ist das richtig, damit ist das erstmal ausgehebelt, oder? Gut. Es ist das Ideelle erstmal so vom Verständnis her klar, wie das Ganze funktioniert. Ich mache es auch nochmal kurz in einer Visualisierung. Das war falsch. Deutlich. Jetzt sind wir nämlich bei der PowerPoint-Präsentation. Es geht darum, suchen, finden, weiterempfehlen. Unternehmen und Bildungseinrichtungen empfehlen IKT-Fachkräfte in den Talentkreise. Übrigens geht es nicht nur um Bewerbungsprozesse. Manche Unternehmen gliedern ja andere Sparten aus oder machen sie dicht. Was passiert mit den Fachkräften, die dort in der Region sind? Die, die meinetwegen bei einem Unternehmen im Online-Marketing gearbeitet haben und die schwarzen das jetzt aus, die bleiben auf dem Markt, was sollen sie machen, können da rein empfohlen werden. Also auch ein Tool, seinen Mitarbeiter, die man entlassen will, irgendwo was Attraktives in die Hand zu geben. Die Bewerber stellen die Bewerbung online und die niederländischen Unternehmen aus dem Talentkreise werden auf den Bewerber aufmerksam. Also die können dort selbst recherchieren, aber die werden auch über Neesletter aktiv darüber empfohlen. Gerade dann praktisch, wenn ich als Unternehmen sage, ich stelle nur ein, wenn ich jemanden wirklich brauche und denke, ich kann mit dem Geld verdienen. Weil bevor ich, wie gesagt, das habe ich ja gerade gesagt schon, eine Stellenanzeige schalte, es kostet Geld. Und die Erfolgsaussichten in der Informations- und Kommunikationsbranche sind meistens schlecht. Das trifft jetzt nicht den Marketingbereich, das gebe ich zu, vielleicht auch nicht Social Media, aber in der Programmierung oder generell Wirtschaftsinformatik ist das schon ein Problem. Ziele, die wir damit verfolgen, Stärkung des niedersächsischen IKT-Arbeitsmarktes, also den dadurch auch zu stärken, dass die Fachkräfte hier bleiben, auch vielleicht als Alleinstellungsmerkmal des niedersächsischen IKT, des bundesweiten oder internationalen Fachkräftemangels, dass man Bewerbern sagt, hier kommt eure Bewerbung bei mehreren Unternehmen gleichzeitig an. Eine Bindung und Gewinnung von IKT-Fachkräften, eine stärkere Vernetzung der Akteure. Nehmen wir mal an, ein Mentor empfiehlt da rein, Unternehmen stellt ein, ist gleichzeitig eine Bindung zu dem Dozenten hergestellt worden. Und man erhöht eine Sichtbarkeit von KMU. Und das gerade für die KAs, die vielleicht den Fachkräften gar nicht bekannt sind. Ich weiß nicht, ob die Fachkräfte hier wissen, welche Unternehmen wirklich alle da sind, wie welches Vier-Mann-Unternehmen internationale Projekte fährt und für große Auftraggeber arbeitet. Das ist manchmal sehr überraschend. Das Ganze kann aber nur funktionieren und das ist auch wichtig, wenn wir so eine Win-Win-Win-Situation haben, wenn wir die da herstellen. Also wenn wir nicht sagen, die Fachkräfte buttern jetzt rein oder die Mentoren empfehlen, sondern es muss ganz klar und transparent sein, dass alle davon profitieren. Und die Vorteile, dass man die Hochschulen stärker regional einbindet. Also in diese Lieder, dass die Unternehmen und Hochschulen dadurch miteinander in Interaktion geraten. Dass die Reputation, die eigene erhöht wird. Wenn ich jemandem empfehle, ist das ja auch eine Wertschätzung dieser Person, bei der ich dann positive Erinnerungen bleibe. Das Unternehmen nimmt mich dann auch stärker wahr, wenn ich Dozent bin. Das Unternehmen profitiert eindeutig davon, dass sie Recruiting-Kosten senkt. Eventuell sogar komplett darauf verzichten kann. Die eigene Sichtbarkeit wird erhöht. Habe ich ja gerade gezeigt, dass man auch auf diesem Portal aktiv zu suchen ist. Und die Wertschätzung abgelehnter Bewerber. Also wer schon mal eine Absage gekriegt hat, ich gehöre zu den Leuten, die sehr viele Absagen in meinem Leben bekommen haben bei Bewerbungsgesprächen. Man mag die Unternehmen dann nicht mehr oder die Einrichtungen. Die sind erstmal unsympathisch und man kann die auch gar nicht verstehen. Und Absagen ist dann oder Empfehlen ist dann doch ein bisschen positiver, als irgendwie, sie waren super und auch sympathisch, aber leider nur der Zweitbeste. Für die Fachkräfte entsteht auch eine vorteilhafte Situation. Nehmen wir mal an, ich bin in München bei einem großen IT-Unternehmen. Habe hier aber, ich sage mal, Familie, Freunde. Ich würde hier ganz gerne zurückkommen. Ich habe aber gar keine Zeit, mich zu bewerben. Ich sehe dann einfach mal eine Stellenanzeige von irgendeiner Firma und bewerbe mich da. Jetzt haben die aber gerade eine andere Fachkraft eingestellt. Dann können die mich trotzdem da rein empfehlen in das Talent. In diesen Talentkreisel, sage ich jetzt wieder ganz bewusst. Dadurch kriegt meine Bewerbung plötzlich eine viel größere Reichweite einfach. Und ich habe viel bessere Möglichkeiten, innovative Unternehmen kennenzulernen, die ich gar nicht auf einer CeBIT oder irgendwo anders oder in einem Fachmagazin wahrnehme, wo ich gar nicht auf die Idee komme, mich zu bewerben, wo ich auch gar nicht weiß, was die genau machen. Und dass es besser zusammenpasst, ist viel größer. Zum Beispiel, wenn ich Student bin und ich weiß, ich möchte gerne in diese oder jene Richtung und ich informiere mich, ich mache Google-Recherche, stoße ich auf das eine oder andere Unternehmen. Aber vielleicht gibt es ja noch ein ganz besseres und plötzlich kommt das Unternehmen auf mich zu oder ich finde das auf der Karte. Dadurch habe ich natürlich einen immensen Vorteil, vielleicht den noch besseren Arbeitgeber zu finden. Jetzt gehe ich mal auf die Seite der Unternehmen. Was sehe ich denn, wenn ich dort angemeldet bin? Also ich bin registriert. Wie gesagt, das ist noch ganz frisch, das Produkt der Talentkreisel. Wenn ich jetzt drin bin, was sehe ich denn? Ich habe ja gerade gesagt, ich kann nach Fachkräften recherchieren. Momentan ist da natürlich noch relativ wenig los. Die eine Fachkraft, die drin ist, die wird fleißig angeschrieben. Das weiß ich auch. Die habe ich auch empfohlen. Wenn ich jetzt drin bin, da sieht man wieder, das Beispiel ist aus einer anderen Branche. Dann sehe ich hier, die Frau, Anna Muster, hat sich als Industriekaufmann beworben. Für eine Ausbildung. Die ist verfügbar ab sofort. Wohnort und Wohnort ist jetzt erstmal der Musterort, also hier in der Nähe. Dann und dann geboren. Mittlere Reife verfügbar ab. Also ich sehe sehr wichtige Informationen, die ich als Geschäftsführer oder Recruiter brauche. Jetzt sehe ich aber noch was anderes. Ich sehe nämlich, dass diese Person, die konnte nicht aus Kapazitätsgründen genommen werden. Das heißt, das ist nicht, weil sie nicht lesen kann oder nicht schreiben kann oder unpünktlich ist oder so. Nein, die war gut. Da war ein anderer Grund hinderlich. Jetzt kann ich diese Person, nein, sie wurde empfohlen von Hermann Muster, den kenne ich auch noch. Wenn der das sagt, dann ist das auf jeden Fall gut. Jetzt kann ich die Person direkt da anschreiben und sagen, hier, Hermann Muster ist ein Geschäftspartner, wir sind beide im Talentkreisel vertreten. Wir haben die und die Stelle, sollen wir uns nicht mal zusammensetzen und unterhalten. Riesenvorteil, direkt mit der Person zu kommunizieren. Jetzt ist natürlich, das weiß jeder aus sämtlichen Pools oder Datensammlungen, dass diese Daten häufig nicht aktuell und frisch gepflegt sind. Das Ganze ist so geregelt, dass diese Fachkraft, also Frau Anna Muster, regelmäßig abgefragt wird, ob die Bewerbung, ob sie denn noch frei ist, ob die Informationen stimmen. Das heißt, wenn diese Frau Muster dann nicht mehr antwortet, fliegt sie auch da raus. Das heißt, die Daten sind immer frisch und ich kann hier auch noch direkt nach gewissen Berufszweigen, also Softwareentwickler oder IT-Systemadministrator gezielt suchen. Das Ganze macht dann natürlich Spaß, wenn nicht nur drei drinstehen, sondern wenn sehr viele drinstehen. Aber auch, ich sage mal, wenn nur drei drinstehen, ich weiß nicht, was so geschätzt wird, was so ein Recruiting-Prozess kostet. Also da ist man mit 20.000 noch fast gut bedient. Headhunter, nehmen wir das zigfache ganz fix und ich zahle dafür 100 Euro. Also wenn ich da auf drei zugreife und da mal irgendwann einer passt, dann ist das auch noch ein Gewinn für die Unternehmen. Oder sieht das Unternehmen das jetzt anders? Was passiert, wenn ich jetzt, ich habe einen Bewerbungsprozess, ich lehne mal einfach, oder eine Bewerbung kommt falsch von mir. Nehmen wir mal irgendwie das Beispiel Informantis, ich kriege eine Bewerbung als IT-Systemadministrator. Wie jemand gesehen hat, nach der Chance war hier, also viel im Kontaktmesse, war eine Anzeige im Katalog drin. Ich bewerbe mich da mal, Informantis stellt aber kein IT-Systemadministrator ein. So, jetzt weiß aber Informantis, ja alles klar, aber in meinem Netzwerk wird der IT-Systemadministrator gesucht. Jetzt schreibe ich dem nicht hier, Ihre Bewerbung findet keine Berücksichtigung. Jetzt schreibe ich da so und so, Vorname, Nachname, die E-Mail-Adresse, das sind ja Daten, die ich habe. Und schreibe dann hier einen Text rein, nein, da schreibe ich die Empfehlung rein, also schreibe ich rein, gute Bewerbung, gute Referenzen. Ich möchte einfach mal in mein Netzwerk empfehlen und schreibe dann gleichzeitig hier den Einleitungstext, betreffe Ihre Bewerbung. Also wie eine normale Mail, aber aus dem System heraus, also auch noch sehr benutzerfreundlich. Ich spare mir die separate Mail und die ist auch noch standardisiert, die kann ich für mich selber standardisieren und speichern. Schicke dann die Mail raus, hallo, danke für die Bewerbung. Systemadministratoren brauche ich nicht, aber ich möchte Sie gerne empfehlen. Laden Sie doch mal Ihre Unterlagen im Talentpool hoch oder im Talentkreisel hoch. Das heißt, diese Person kriegt dann sehr sympathisch die Empfehlung, die Weiterempfehlung, kann sich dann selber überlegen, ob sie sich online anmeldet. Und wenn sie sich online anmeldet, sehen das andere Unternehmen. Dann merkt man, eine Bewerbung hat plötzlich im Moment 19 Adressaten gefunden. Und wenn wir jetzt richtig ins Marketing gehen, würde ich sagen, nach den bisherigen Erfolgserlebnissen sind wir auch ganz schnell irgendwo im höheren dreistelligen Bereich. Ich kann auch selber sehen, wen ich da eingeladen habe. Das noch so zur Ergänzung, also ich habe auch selber einen Überblick, wer da drin ist und wer da irgendwie vermittelt worden ist. Also diesen Überblick behalte ich dann selber in der Hand. Ich merke selber, ob die Person sich dort angemeldet hat. Warum ist das auch wichtig? Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich brauche später nochmal jemanden, mit der gleichen Fachrichtung kann ich die Person, die habe ich ja in Erinnerung, kann ich die Person anschreiben, jetzt suche ich aber. So, jetzt brauche ich genau den. Du bist doch in der Region, wollen wir uns nicht nochmal unterhalten. Ich kann dir auch bessere Konditionen bieten oder ähnliches. Das soll jetzt nicht den Wettkampf schürten um die Fachkräfte oder sonstiges, aber man bleibt, ist positive Erinnerung geblieben. Und man hat dem auch was Gutes getan, vielleicht kommt er jetzt zu mir. Also man hat dann die Fachkraft auch in der Region und kann nochmal später auf die zukommen oder über andere bestehende Unternehmensnetzwerke, habe ich die eh im Blickfeld und kann mich mit dem auch mal unterhalten. Wenn ein größerer Auftrag kommt oder sonstiges. Ich hatte ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass diese ideelle Funktionsweise mit zehn Bewerbungen und so weiter, dass das auch gar nicht funktioniert in der KT-Branche. Ich habe immer das Gefühl, der Markt ist sehr leergefegt, auch wenn das Informationsmissmatch da ein bisschen mit zu tun hat, aber es ist aktuell wirklich schwer, Fachkräfte zu finden. Deswegen haben wir gewisse Zusatzfunktionen auch eingeführt, die dann auch den regionalen Akteuren zugutekommen. Also zum Beispiel eine vorgezogenen Newsletter. Wenn ich eine Empfehlung abgebe, wandert das nicht direkt in eine Newsletter, sondern ich kann auch erstmal entscheiden und sagen, pass auf, ich möchte, dass die, die, die Firma davon als erstes empfährt, erfährt, weil mit der Firma arbeite ich eh gerne zusammen. So, mit der habe ich ein Kooperationsverhältnis oder ähnliches. Wir werden bald, das ist noch nicht online, einen Back-to-Niedersachsen-Button einführen. Das heißt, es können sich Fachkräfte, die nicht in Niedersachsen wohnen und arbeiten, in diesen Talentkreisen selber bewerben. Das heißt, der Administrator kriegt dann eine Mail, Fachkraft so und so hat sich mit den Unterlagen beworben, kann dann abgecheckt werden, wird garantiert hier benötigt, ich gebe sie in den Talentpool rein. Das heißt, die Empfehlung ist dann vom Administrator, sicherlich ist die Empfehlung vom Unternehmen oder von einem Professor da ein bisschen höherwertig. Ich kann auch die Sichtbarkeit einschränken. Also, das ist ganz wichtig, zum Beispiel, wenn ich in einem Ausbildungsbetrieb bin, so, ich bin bei IT-Haus XY, will der aber weg, hat mir nicht gut gefallen. Das heißt, ich wehbe mich dann woanders und kriege dann die Möglichkeit, mich in einem Talentpool, in Talentkreise online meine Daten dort hochzuladen. Und dann kann ich auch sagen, dass mein jetziger Arbeitgeber besser nichts davon erfahren soll und macht mich für den blind, der sieht mich dann auch nicht. Das heißt, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Also, ich glaube, die Unternehmen sehen das gar nicht als so schlimm, wenn sich Leute woanders bewerben. Das ist Usus heutzutage. Man sieht das sicherlich nicht gerne, aber ich denke mal, das ist heutzutage ja wirklich üblich. Aber wenn man sich da unwohl fühlt mit dem Gedanken, dass mein aktueller Chef, den ich da morgen im Büro sehe, sieht, dass ich mich dort in einem Talentkreisel angemeldet habe, dass der dann eventuell morgen ein bisschen brassig ist und irgendwie einen Kaffee auf meine Hose fallen lässt oder sowas. Zum Betreiber möchte ich noch ganz kurz sagen, dass der Talentkreisel ein Gemeinschaftsprojekt der acht IOK-Region der IKN 2020 ist. Das heißt, von Westen bis Göttingen sind fast alle Regionen vertrieben. Der Betreiber ist das Projektzentrum Hanefa IT und das Ganze wurde auch auf Ebene der IKN so beschlossen und so durchgeführt. Er hat aber wirklich eine Wurzel hier, muss man ganz ehrlich sagen, in Lingen, weil sowohl dieser Name Talentkreisel als auch das Logo, um da auch nochmal die Brücke zu schlagen, von Studentinnen der Hochschule Osnabrück Campus Lingen Kommunikationsmanagement gemacht wurde. Da möchte ich mich bedanken und stehe für Fragen natürlich gerne offen. Ja, das ist eine schöne Frage. Danke. IKN ist natürlich auch irgendwie so ein Konstrukt, was ich abstimmen muss. Montag ist die Sitzung im Steuerungsgremium. Da werden alle Regionen, also Regionalzentren oder die Cluster-Manager informiert, dass die jetzt ins Marketing gehen sollen. Und dann werden die Netzwerke informiert, dann werden die Bildungseinrichtungen informiert, also die Unternehmen in den Netzwerken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, in der Phase, in dieser Pre-Phase, wodurch jetzt die 19 Unternehmen drin sind, von sieben Unternehmen, die ich angefragt habe, haben sich da fünf oder sechs angemeldet. Es sind nicht alle zu sehen gewesen, ein paar haben sich angemeldet und dann in die Bestätigungs-Mail noch nicht gedrückt. Also da wären eigentlich jetzt leuchtet 22 Unternehmen zu sehen, also die Quote, die da mitmachen. Ja, das kommt mit den Bildungseinrichtungen. Das kommt mit den Bildungseinrichtungen, wenn die da drin sind und wenn die Unternehmen drin sind. Also umso mehr Unternehmen, umso mehr Akteure, die empfehlen, umso mehr Fachkräfte kommen da rein. Ja, mache ich. Sonst keine Fragen? Emden ist auch herzlich eingeladen. Hm? Hm? Ganz im Ernst, finde ich gerade eine wichtige Frage. Das weiß ich nämlich auch gar nicht. Das bezieht sich ja auf, im Prinzip auf, Moment. Ja. Ja. Genau, ich wollte gerade sagen, ja. Ja, nee, aber ich finde das eine gute Frage, aber tatsächlich löst das System das vielleicht an sich selber. Aber trotzdem finde ich das interessant zu wissen, welche Empfehlungen dahinter steckt. Ich stehe hier mit meinem Namen. Also das heißt, ich bin Professor so und so oder ich bin Unternehmen so und so und empfehle den. Also ich bürge ja auch ein bisschen für die Qualität des Bewerbers. Wenn dann nachher dann irgendein Unternehmen auf mich zukommt und sagt, was empfiehlst du denn da für einen Müll? Der hat mir die ganzen Ladenpleite gemacht. Dann, ja wie soll man sagen, dann bin ich ja selber schuld, dann empfehle ich den nicht. Deswegen gebe ich da recht. Dann schreibe ich dem einfach, hör mal zu, bringt nichts und bringt eurem Netzwerk nichts. Also letztendlich ist es ja so, dass man ja auch die Bewerbungsunterlagen dort einsehen kann. Ja, also es hat ja schon ein gewisses Know-how und natürlich ist es letztendlich das Teilen über Wissen von guten, qualifizierten Leuten. Das ist die Metapher, dass man das konterkarieren kann mit irgendwelchem Unsinn, ist klar. Das ist aber in jedem Netzwerk so und dementsprechend weiß man innerhalb von zwei empfohlenen Kandidaten, okay, auf den brauchst du gar keine Rücksicht zu nehmen, weil das war wieder mal Max Mustermann, der entsprechend sowieso der Depp ist, der irgendwie jede Nase empfiehlt. Also an der Stelle ist ganz klar, profitieren von, ich sage mal, den Aufwänden, einen Bewerber entsprechend zu testen und ihn letztendlich dann leider nicht nehmen zu können und diesen Aufwand entsprechend quasi dann anderen zu schenken. Weil man sagt, das ist ein guter Mann, der hat bei uns entsprechend die Qualifikationstests durchlaufen, aber er hat halt braune und nicht grüne Augen und deswegen können wir den gerade nicht nehmen. So, das ist da der Punkt und das, glaube ich, funktioniert auch. Das kann nur so funktionieren und das ist eben auch genau das, was wir, glaube ich, auch sehr gut erreichen. Das ist auch das Feedback, was wir von den Unternehmen haben. Ich möchte das vielleicht nochmal ganz kurz ergänzen. Diese Empfehlung soll natürlich nicht das eigene Bewerbungsgespräch ersetzen. Wenn ich mich jetzt darauf verlasse, dass der das empfohlen hat, dann weiß ich aber immer noch nicht, ob der ins Unternehmen reinpasst. Und ganz ehrlich, also für mich als Unternehmen, es ist viel aufwendiger, darüber die Absage zu geben, also dann will ich ihn auch wirklich empfehlen, als auf den Reply-To-Button zu drücken und zu schreiben, tut mir leid, die Stelle ist vergeben. Also ich mache das, aber wirklich dann, wenn nicht genau das passiert, nämlich ich habe da echt einen guten, aber der passt bei uns nicht ins Team, weil der irgendwie eben nicht zur Gruppe passt, dann nehme ich den natürlich nicht. Aber dann macht es Sinn, ihn da anderen vorzuschlagen und wirklich nur dann. Ja. Oh. Ich kann mal anschreiben, wenn diese Funktion Back to Niedersachsen da drin ist. Ich kenne das MEBA-Netzwerk nicht. Ich bin ja, was... Okay. Wir sehen ja in der Frage, dass die Präsidentin der Regional-Inwahl, derzeit tun wir das auf E-Mail-Behandlung, genau wie die E-Mail-Behandlung, sowohl im IT-Bereich auf das Land. Natürlich wollen wir das dann in Einfluss machen. Deswegen auch für die regionale Spezifikationen, dass ich sagen kann, bitte schon erstmal nur, dass man nur einen bestimmten regionalen Bezug, denen einen Vorsprung geben, dass sie da entsprechend gucken können. Die Netzwerke, die bestehen auf anderer Ebene, die können natürlich dort genauso eingebunden werden. Und wir sagen ja IKT Fachkräfte und nicht IKT Branche. Also es geht eben durchaus darum, nicht nur die IT-Dienstleister und Software- und Hardwarehersteller einzubinden, sondern eben auch diejenigen, die große IT-Abteilungen haben und natürlich genauso suchen. Das ist selbstverständlich. Also eins weiß ich auf jeden Fall, wer großes Interesse hat, das waren nämlich die ersten Anfragen direkt, die aktiv auf uns kamen, sich dort als Unternehmen anzumelden, sind die Headhunter. Die sind aber, also es sind nur Unternehmen dort, dürfen sich registrieren, die IKT Fachkräfte für das eigene Unternehmen suchen. Also das ist auch von vornherein ausgeschlossen, dass man sich dort als Headhunter anmeldet und von den Informationen dann doch extremst profitiert. Also auch nochmal über die M-Sachse. Die M-Sachse versucht ja auch Fachkräfte zurückzuholen, beziehungsweise von vornherein in eine Datenbank einzufliegen, damit sie immer auf dem Laufenden gehalten werden, welche Stellen hier in der Region angeboten werden. Also die auch aktiv vielleicht dann wieder aus Süddeutschland anzuwerben. Und da muss auf jeden Fall auch irgendwo eine Verbindung dann her, dass irgendein Mechanismus kommt, dass Stellen da auch reinkommen bei denen. Deswegen habe ich schon einen Termin mit Herrn Simon und Herrn Dr. Löwsen abgemacht. Nein, das ist ganz klar, da müssen genau diese Initiativen, weil wir sind ja keine regionale Initiative, also klar in Niedersachsen, aber wir sind ja für die Branche. Und da gibt es Schnittmengen mit anderen Initiativen. Und es ist wichtig, da auch die Schnittmengen zu nutzen, die Synergieeffekte. Nur so kann es ein Erfolg sein. Also deswegen auch nochmal ganz wichtig, die IKN, das ist dieser Vernetzungsgedanke. Und wenn ein Unternehmen da drin ist, was denkt, jetzt mache ich mir hier und ärgere die anderen und empfehle da irgendeine Putzfrau rein, nichts gegen Putzfrauen, aber dann, das ist natürlich klar, dass das da nicht zielführend ist, dann fliegt dieses Unternehmen aber auch irgendwann raus, wenn die da meinen, sie könnten Schabern oder Treiben oder anderen wehtun. Es geht darum, sozusagen die Region zu stärken, diese Information hochzuhalten, dass man ganz klar weiß, welche Akteure suchen gerade Fachkräfte, welche Fachkräfte suchen gerade einen Job und darüber sozusagen eine sehr effiziente Situation für alle zu schaffen. Also die Suchenden sollen möglichst gut finden und die finden oder die gefunden werden wollen, müssen auch dann irgendwo entdeckt werden können. Das ist ein Tool. Das kann aber auch nur, das vielleicht auch so als Ergänzung, das kann nur eins von vielen sein. Also ich möchte jetzt gar nicht auch erzählen, was so ein Vorhaben geplant sind, wie man zum Beispiel junge Leute von Schulen, die keinen Informatikunterricht haben, für das Thema Informatik begeistern kann. Einer hat hier, glaube ich, Medieninformatik studiert, das ist natürlich dann irgendwie ein hibberes Fach als Technische Informatik. Oder berufliche Weiterbildung ist das nächste Thema. Also fünf Jahre in der IT, nichts gemacht, ist ungelernt, kann man fast sagen. Also das sind noch andere Bereiche, die auch unglaubliches Potenzial schaffen. Da geht es erstmal darum, suchen und finden und das effizient zu gestalten. Ich habe nochmal eine Frage zu diesem Anonymisieren, beziehungsweise, dass mein Arbeitgeber, für den ich vielleicht aktuell tätig bin, mich nicht findet. Ist es dann so, dass nur derjenige mich dann einfach nicht sieht oder wird mein Name einfach generell ausgeblendet und nur mein Profil bleibt bestehen? Nein, also wenn man nicht will, dass der Name nicht entdeckt wird, dann meldet man sich nicht an. Der Name wird bekannt und auch die Daten werden dort, also der Lebenslauf wird hochgeladen. Das entscheidet man selber. Ich kann nur sagen, dieses oder jenes Unternehmen soll mich nicht sehen. Ich kann natürlich alle Unternehmen ausschalten, außer das, wo ich landen will. Und dann sehen die nur das. Das geht natürlich auch. Aber das ist sogar was, was wirklich eine Idee war oder eine Anregung aus den Berufsschulen, dass man da die Leute nicht einschüchtert, dann sollte, damit die sich trotzdem dort anmelden. Ja, der Hintergrundgedanke ist ja, gehen wir mal von dieser Region aus, wo man sich vielleicht sowieso schon eigentlich relativ gut vernetzt hat und in den Unternehmen auch. Ist natürlich blöd, wenn man einen Geschäftsführer, den einer anderen Firma kennt, der auch drin ist und der genau weiß, pass auf, da ist doch dein, was weiß ich, dein Auszubildender oder dein IT-Leiter oder was auch immer, den man ja in dem Talentkreise vielleicht drin haben möchte und der bewirbt sich. Dann kommt es natürlich über die zweite Tür doch wieder. Nur mal so als Idee, wäre es vielleicht sinnvoller, wenn man den Namen einfach ausblenden würde. Dann hat man die Problematik nicht. Nur als Anregung, Gedanke vielleicht. Nimm mal mit. Okay, das Wort. Vielen Dank. Und noch mal so. Vielen Dank.